Hi, Rukita hier. Schön, dass du in einem weiteren Trainingsvideo mit dabei bist. Wir sind jetzt in der Übung 3.3 und diese Übung ist sehr herausfordernd. Wir spielen die chromatische Tonleiter, zwar auf einem sehr niedrigen Tempo, aber es sind ja noch gute 9 Minuten, die du jetzt mit mir zusammen üben wirst. Lerne die Tonleiter erst auswendig anhand der Tampulatur, die eingefwendet ist und gehe dann langsam an die Übung an. Legen wir los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Wow, schön, dass du durchgehalten hast. Es waren jetzt 8 Minuten 47 in der chromatischen Tonleiter. Ich hoffe, du gibst nicht auf und bleibst an dieser Übung dran. Sie ist zwar ein bisschen herausfordernd, jedoch wirst du belohnt mit einer guten Navigationsfähigkeit, auf der Gitarre. Ich bedanke mich. Das war mit Gitarre. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Musik 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 Vielen Dank.